Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute die Sticker-Tin aus der neuen UEFA Euro 2024 Sticker-Kollektion von Topps anschauen wollen. Ihr seht schon im Bild, 54 Sticker sind in einer solchen Sticker-Tin enthalten, bedeutet also wir werden 9 Sticker-Tüten mit je 6 Stickern in dieser Tin finden und das Ganze gibt es, ihr seht es rechts oben aufgedruckt, zum Preis von 9,99 Euro, heißt also im Vergleich zum Einzelkauf der Sticker-Tüten müsst ihr in knappen Euro mehr investieren, bekommt dafür aber die enthaltene Metalldose, die wir gleich sehen werden. Wir werfen kurz einen Blick auf die Rückseite dieser Sticker-Tin, auf der es außer den rechtlichen Angaben und dem Preis nicht so wirklich viel zu entdecken gibt. Unten ist das Ganze blau, oben ebenfalls enthält dort das Topps-Logo und das Offizielle des Turniers und dann machen wir das Ganze mal auf, indem wir hier an dieser Lasche ziehen. Und dann können wir den Rest nämlich so wegklappen und unsere Sticker-Tin rausholen. Und ihr seht schon, die ist knallig bunt geworden in den Fabeln und mit den Mustern des offiziellen Designs dieser Europameisterschaft. Von unten, ihr seht es, ist das Ganze schwarz und ein kleines, feines Detail ist, dass Topps das Logo und den Pokal so leicht geprägt hat, dass man, wenn man mit dem Finger drüber fährt, so eine leichte Erhöhung merkt. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen im Licht spiegeln, ich hoffe, man kann es dadurch erkennen. Wenn nicht, sehen wir es wahrscheinlich, wenn wir den Deckel mal abziehen und umdrehen. Da seht ihr, wie das Ganze so ein bisschen in den Deckel geprägt ist. Aber das ist nur eine kleine Feinheit dieser Tin, das Wichtigste sind unsere Sticker-Tüten und ihr seht, hier ist einiges an Platz drin, falls ihr eure Sticker aufbewahren wollt. Was ich allerdings empfehle, wenn ihr sie wirklich da reinpackt, ist, die Ecken auszupolstern, denn mit diesen runden Ecken von einer solchen Tin macht ihr euch ganz schnell die Ecken von den Stickern kaputt. So, dann schauen wir mal, ob wir wirklich neun Sticker-Tüten bekommen haben. Zwei, vier, sechs, acht, neun, also das stimmt auf jeden Fall. Kurzer Blick noch auf Vorder- und Rückseite dieses Sticker-Päckchens. Da gibt es ja einige Päckchen-Sammler, die das immer interessiert, was so in den jeweiligen Produkten drin ist. Aus dem Grund zeige ich das in den Videos auch immer. Und jetzt wollen wir mal schauen, was Topps und Schönes in unsere neuen Päckchen reingepackt hat. Wir beginnen mit Armando Broha als Player-to-Watch-Sticker. Mit diesem glitzernden und funkelnden Hintergrund. Dann haben wir Portorris als Standard-Spieler-Sticker für Spanien. Die Arena in München, bei der diese Außenfassade ja zahlreiche Projektionen annehmen kann. Unter anderem auch die, die wir jetzt hier gerade sehen. Dann haben wir Kiran Treppier für das englische Team. Zwei Spieler aus Israel mit Goldberg und Revivo. Und zwei weitere Playoff-Teilnehmer, diesmal aus Polen mit Eslis und Zalewski. So, dann kommen wir zu Päckchen Nummer zwei. Und unseren nächsten sechs Stickern. Beginnend mit dem Wappen eines der Playoff-Teams, nämlich Bosnien und Herzegowina. Dann haben wir Dominik Lebakowitsch aus Kroatien. Bril Embolo für die Schweiz, Raphael Leao für Portugal, Dennis Waffro für die Slowakei und Florian Grilic für Österreich. Wir schnappen uns das dritte Päckchen und finden unseren ersten Parallel-Sticker mit dem Wappen von England. Beziehungsweise ist es in dem Fall nur die Flagge, denn das offizielle Wappen darf Tops ja nicht abdrucken. Und wir sehen hier einen Purple Parallel-Sticker, erkennbar an diesem lila Rand. Dann haben wir Jim City aus Albanien. Die Karte der Gruppe A unter anderem mit dem deutschen Team. Dann zwei Star-Spieler aus den Playoff-Teams mit Quarenske Lia und Leandro Barreiro aus dem Team von Luxemburg. Dann haben wir noch eine Manja Goudé. Donja Mahlen für die Niederlande. Und das war's mit diesem Päckchen. Weiter geht's mit dem Nixen und dem Wappen von Rumänien. Dann haben wir Manuel Lucatelli für Italien. Martin Adam für Ungarn. Unseren ersten Top-11-Sticker mit Miri Demiral aus der Türkei. Dann Alter Kiel aus Belgien. Und Rasmus Christensen aus dem Team von Dänemark. Nächstes Päckchen mit unserem ersten Captain-Sticker. Und das ist Leonardo Bonucci für das Team der Italiener. Passend dazu sehen wir einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten Italiens. Und als Spieler-Sticker haben wir dann Callum McGregor für Schottland. Jordan Henderson für England. Den Top-11-Sticker von Olaro aus Rumänien. Und nochmal ein paar Sehenswürdigkeiten. Diesmal Frankreich mit dem Mont Saint-Michel. Und das Runden dürfte das Schloss von Versailles sein. Nächstes Päckchen mit unserem ersten Artist-Sticker. Und das ist Callum Styles für die Ungarn. Dann haben wir Emerica Laporte für Spanien. Vidi Orban aus Ungarn. Juretzka aus Tschechien. Dann wieder Playoff-Teilnehmer. Gudmundsson und Vödomsson aus Island. Und noch zwei mit Baranov und Shane aus Estland. Es geht weiter mit dem nächsten Artist-Sticker. Und das ist diesmal Jorginho für das Team aus Italien. Dann haben wir als nächstes Domagoj wieder für das Team aus Kroatien. Portos für Schottland. Ruben Nevis für Portugal. Maximović für Serbien. Und Memphis Depay für die Niederlande. So, vorletztes Päckchen. Und da finden wir diesmal wieder einen Player-to-Watch-Sticker mit Johann Bakayoko aus dem Team der Belgier. Dann Kalman und Temo Pukki aus dem finnischen Team. Lyschenko und Zinschenko aus dem Team der Ukraine. Noch ein Playoff-Sticker mit Vlaodimos und Redsos aus Griechenland. Und ein weiterer Top-Eleven-Sticker mit Leandro Trossard für das Team aus Belgien. Und zum Abschluss haben wir dann noch Alexander Schlager-Torte aus dem Team von Österreich. So, damit sind wir schon beim letzten Päckchen aus dieser Sticker-Tin angekommen. Und bei unseren letzten sechs Stickern. Und wir finden das Wappen des österreichischen Verbandes. Dann haben wir Destiny Udoji aus Italien. Ein paar Sehenswürdigkeiten aus Deutschland. Oben denke ich, unschwer zu erkennen. Neuschwanstein. Was das unten rechts ist, könnt ihr jetzt gerne mal ins Kommentarfeld schreiben, wenn ihr es wisst. So, dann haben wir noch Rico Luiz für das Team aus England. Und nochmal ein Gruppen-Sticker mit den drei Teams aus der Gruppe E, die schon vor den Playoffs feststanden. Belgien, Lieslowakei und Rumänien. Und unser allerletzter Sticker aus unseren neuen Sticker-Tütchen ist dann Lucas Hernandez aus dem Team von Frankreich. Ja, und damit sind wir durch mit insgesamt 54 Stickern aus dieser Sticker-Tin, die als Produkt sicherlich am interessantesten ist, wenn man jemand ein kleines Geschenk mitbringen will oder eine Aufbewahrungsmöglichkeit sucht im Design der kommenden Europameisterschaft. Allerdings, wie gesagt, nochmal die Empfehlung, wenn ihr Sticker oder Karten in dieser Tin aufbewahren wollt, polstert diese runden Ecken irgendwie aus. Denn sonst sind eure Sticker und Karten an den Ecken sehr schnell kaputt und verlieren zum einen nicht nur ihren Wert, sondern es wollen dann sicherlich auch nur noch die wenigsten diese Karten tauschen. Ja, das also die Sticker-Tin aus der Euro 2024-Sticker-Kollektion von Topps. Euren Eindruck von dieser Tin und den Stickern, die wir gezogen haben, jetzt gerne noch unten ins Kommentarfeld. Ich freue mich da wie immer über Rückmeldungen und natürlich auch, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben klickt und ein Like für dieses Video da lasst. Abo nicht vergessen, wenn ihr ja noch nicht regelmäßig dabei seid und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.